Wir stehen jetzt gerade in Kehl auf so einem Stellplatz und irgendwie immer zu wenig Wasser drin, so dass die Wasserpumpe irgendwie das nicht packt und jetzt haben wir gerade unseren Schlauch ausgeliehen. Jetzt gehen in diesem verdammten Automat nur Euro-Stücke hinein. Also den Schlauch haben wir jetzt, ist alles vorbereitet und die Manu leicht angesäuert, aber gut, die versucht gerade die 2 Euro-Stücke in 1 Euro-Stücke umzutauschen, dass wir aus dem Ding da noch Wasser rauskriegen. Und das ist alles vorbereitet und wiederwärtsig. Und jetzt lange auf die Maske. Das ist alles ordentlich, aber gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.